Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astrod unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Und zwar geht es jetzt heute um die Horden Rufmounds. Ich hatte ja bei der Allianz schon ein Video dazu gemacht, zu den drei schicken Pferden, die wir da kriegen. Und ja, mittlerweile hat der Tela auch mit seinem Hordenschar den Ruf bei den drei Hordenfraktionen auf ehrfürchtig und ich kann mir die drei Hordenmounds kaufen. Und dazu bin ich schon in Voldum und zwar sind wir hier einmal im Volpera-Versteck, hier auf den Koordinaten 56 und 49 und dort haben wir eine Händlerin und zwar ist es diese schicke Dame, die Jena, und die verkauft uns ein schickes Mount. Und zwar haben wir da eine Hyäne, die wir kaufen können für 10.000 Gold, wenn wir denn einen ehrfürchtigen Ruf bei den Voldunai haben. Und den habe ich zum Glück mittlerweile. Einmal hier kann ich das euch zeigen, welche drei Fraktionen wir brauchen. Wir brauchen einmal die Voldunai, das ist jetzt hier das erste Mount. Dann brauchen wir hier unsere Expedition drüben in Nazmir und dann brauchen wir noch das Zandellari-Imperium in Zuldazar. Wie kriegt ihr diese Fraktion am besten auf ehrfürchtig? Und zwar eigentlich alle drei genauso. Ihr macht im jeweiligen Gebiet erstmal die kompletten Quests, das ist das erste. Und als zweites geht ihr her und könnt Worldquests machen. Ich würde euch empfehlen, nicht einfach herzugehen und jede Worldquest machen, die rumliegt, sondern gezielt die, die extra Ruf bringen. Und wenn ihr es am effizientesten machen wollt, macht einfach nur immer die Emissary-Back-Quest. Das heißt, hier brauche ich zum Beispiel jetzt vier für die Voldunai, muss ich einfach im Gebiet vier Worldquests machen und bekomme dann den Ruf für die Worldquests und fürs Abschließen der Emissary, also für die abgesandten Kiste, 1500 Flat obendrauf. Das kann man natürlich dann nochmal erhöhen mit dem Dunkelmond-Yarmark-Buff zum Beispiel, um dann nochmal 10% mehr zu bekommen. Ja, ist da eine schicke Sache bei 1500, 10%, ne 150, ist eine schicke Sache, da nochmal ein bisschen was obendrauf zu bekommen. Genau, also ich habe es jetzt auch nur über die Emissaries gemacht, muss dann alle paar Tage hier vier Worldquests machen. Das ist im Rahmen, jede Worldquest zu machen, kostet einen Haufen Zeit und bringt eigentlich auch fast nichts. Genau, und dann kann man das ganz bequem hochhauen und hat dann danach seine drei Mounts und ein paar Toys gibt es auch noch, aber die zeige ich euch dann in den Toyguides. Gut, wir lernen das Mount hier mal und schauen uns das an und vergleichen das mal mit der anderen Hyäne. Und zwar hier, ne, hier haben wir eine Albino-Hyäne. Oh, die sieht echt schick aus. Schauen wir mal. Ja, doch, macht auf jeden Fall was her. Wir vergleichen sie jetzt noch mit der, die man quasi hier gedroppt bekommen kann, Vol Doom. Das ist nämlich, ähm, Moment. Ne, das ist die, wie heißt denn die andere Hyäne jetzt? Ähm, bin ich gerade am überlegen. Die müsste eigentlich auch hier irgendwo drin sein. Aber Hyäne hieß die nicht, ne? Hm. So, da hat der Taylor sie doch noch gefunden. Und zwar den Dünenaasfresser. Das ist der hier. Ähm, wenn ich die beiden jetzt mal so gegenüberstelle, muss ich sagen, dass ich die ganz weiße fast cooler finde als den Dünenaasfresser. Wir können ihn jetzt auch nochmal aufsetzen. Das ist quasi, ähm, selbiges. Nur, aber halt ohne Ruffraktion, sondern ein Drop-Mount. Und das kann, ja, können beide, ähm, Fraktion reiten. Aber dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal weiter zur nächsten Fraktion und quasi auch zum nächsten Mount. Dann sind wir jetzt in Nassmir angelangt. Und zwar bei der zweiten Ruffraktion. Wir sind hier einmal, wenn ich euch die Karte aufmachen kann, ähm, bei den Koordinaten 39, 79 und zwar hier unten. Und dort haben wir hier die nächste Rufhändlerin. Und diese verkauft uns, ähm, das nächste Mount. Und zwar ist das hier Lutschwärmer der Expedition. Und den kaufen wir jetzt einmal. Und gucken uns an, wie das schicke Mount aussieht. Das ist hier von der Expedition, wie gesagt, in Nassmir dann die Ruffraktion. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir den Blutschwärmer. Und zwar ist es der hier. Und ja, auch den kennen wir quasi schon als, ähm, ja, als Drop-Mount. Auch hier aus Nassmir ganz passend. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Ich komme jetzt wieder in dieselbe Predulie wie eben, dass ich mir den wieder raussuchen will und ihn wahrscheinlich nicht finden werde. Und ja, dann würde ich sagen, die vergleichen wir auch wieder, um so ein bisschen zu gucken, ähm, ja, wie das Pendant quasi so aussieht, dass wir hier von den Blutrollen gedroppt bekommen. Blut, jetzt schauen wir mal, irgendwas mit Blut hieß der doch auch, ne, ja. Ja, ich suche wieder, dann zeige ich ihn euch. Machen wir es so, ist glaube ich besser. Ja, jetzt hatte ich ihn doch relativ schnell gefunden, weil wenn man hier Nassmir eingibt, dann kommt er. Und zwar ist das derjenige, den ich mir von der Fraktion gekauft habe. Der ist quasi wieder so ein bisschen Albino-mäßig, komplett in weiß gehalten. Und der Venenspringer, ähm, ja, ist quasi, ne, Springen der Venensucher, so rum heißt der, ist ein bisschen farbtrichtig, wobei, da finde ich den eigentlich fast besser, muss ich sagen. Also das Drop-Mount, ja doch, das sieht ein bisschen cooler aus, aber wenn ihr hier kein Glück habt, könnt ihr euch zumindest für 10.000 Gold bei der Fraktion einmal euer Mount kaufen. Und ich würde sagen, wir schauen dann weiter zum letzten Mount, zur letzten Rufaktion nach Zuldersaar. So, dann sind wir einmal angekommen in der großen Pyramide in Zuldersaar, in Tasa-Aloa, dass ich es noch rausbringe hier, bei den Koordinaten 49, 41. Und da laufen wir einfach rein. Ich denke mal, das dürften die meisten hier auf jeden Fall kennen. Und dann haben wir hier den Händler vom Zandallari-Imperium gleich hier oben. Und zwar haben wir hier dann ein Pterodax, das können wir kaufen, ein Kobold-Pterodax. Und das kostet uns auch wieder 10.000 Gold. Ich würde sagen, wir gucken uns das dann mal draußen einmal an. Und da geben wir mal Pterodax. Ah, ich habe mich verschrieben. Pterodax? Nein, heißt das nicht so? Okay, Kobold. Ach, okay, Pterodax schreibt mal anders. Ja, gut, okay, ich bin Gimp. Flamed mich in den Kommentaren. Hier. Da haben wir es. Und zwar sitzen wir jetzt mal noch auf, auf das schicke Ding. Oh, das ist ganz schön groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ui, ja. Schau mal, Mount Special ist quasi Flügelschlagen. Es ist größer als ich dachte. Okay. Macht auf jeden Fall was her, das Ding. Man hat ja schon mal so ein ähnliches gehabt. Also einmal gibt es ja auch noch mal eins von dieser Parku-Quest-Reihe, die ich euch ja schon gezeigt habe oder die noch kommen mag. Ich weiß nicht, wie rum ich das mit den Videos mache. Und dann gab es aber aus einer Raid-Instanz auch noch mal was, aus Tosk, glaube ich. Hier, gepanzerte Himmelskreis. Den gab es schon, ich weiß jetzt nicht. Hier, der ist halt Kobold-Blau, der ist ein bisschen blasser, aber das scheint auch, die Texturen scheinen auch besser zu sein. Wenn wir das jetzt hier vergleichen. Es hat zwar ein ähnliches Model, aber die Texturen, finde ich jetzt bei dem schöner. Jetzt schauen wir mal einfach von der Größe. Ich glaube, der alte war kleiner. Ja, schau mal an, der ist viel kleiner. Viel krüppeliger. Das ist die kleine Version. Und der neue ist doch wesentlich größer. Ja, haben wir auch mal wieder verglichen hier. Ja, schau mal, das sieht fast krüppelig aus, im Gegensatz zum anderen. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Wie gesagt, das gleiche hatte ich bei der Allianz schon gemacht. Da gab es auch drei schicke Mounts. Jetzt endlich mit der Horde, alles ehrfürchtig. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr noch Ruf braucht, ob ihr noch am Farmen seid. Und ja, dann sehen wir uns sonst beim nächsten Mountguide. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.